Ja, dann auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen in die Runde, freue mich für die Einladung, will ein bisschen was erzählen unter diesem Motto, was da steht, schau mir in die Lösung Kleines über ein Verfahren, was wir bei uns jetzt schon seit etlichen Semestern in Magdeburg haben, personalisierte Aufgaben und anonymer Peer-Review in den Grundlagen der Elektrotechnik. Ich habe hier mal ganz allgemein hingeschrieben in den Ingenieurwissenschaften und werde auch mit so einem kleinen Disclaimer starten, der wie schon in der Vorstellung angeklungen ist. Also ich bin von Hause aus Ingenieur, ich habe mal Elektrotechnik studiert, angefangen hier vor 20 Jahren in Magdeburg, bin seit 15 Jahren hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe dieses Jahr im Oktober praktisch Dienstjubiläum und bin eben von Hause aus Ingenieur. Also alles, was ich zum Thema Hochschuldidaktik erzähle, habe ich mir alles als Autodidakt beigebracht, aber das ist ja vielleicht auch schon mal eine ganz wichtige und interessante Erkenntnis, also dass man eben Wissen vermitteln kann, aber keine Kompetenzen, sondern wenn man Kompetenzen in einem bestimmten Bereich haben möchte, kann man die nur selbst in sich und aus sich heraus entwickeln und das ist ja auch das, was ich bei den Studierenden erreichen möchte, dass sie eben Kompetenzen in Ingenieurwissenschaften selbst entwickeln. So, ich werde noch mit so ein paar Housekeeping-Hinweisen anfangen. Also diese Folien, das ist ja so eine typische Frage, die können Sie sehr gern haben. Werde ich einen Link im Nachgang verteilen für Kollegen und Kolleginnen, die heute nicht dabei sein können. Ich probiere mal eine Aufzeichnung im Hintergrund, deswegen sitze ich auch vor einem Greenscreen. Ich zeichne aber nur meinen lokalen Bildschirm hier und mein Audio auf. Keine Angst, auch wenn es Zwischenfragen gibt, dann sehr gern einfach das Mikrofon anmachen oder was in den Chat schreiben. Ich werde dann die Frage vielleicht so ein bisschen wiederholen und sie dann direkt beantworten. So, und ich würde mal mit einer kleinen Umfrage anfangen und ich packe mal den Link für diese Umfrage. Die sind auch alle in den geteilten Notizen drin, aber ich packe den Link zu der Umfrage mal in den Chat. Und uns ist schon in dem Vorgespräch eingefallen, ich hätte dann bei der Umfrage, ich schalte jetzt gleich mal, ich zeige noch ein paar Sekunden den QR-Code vielleicht für Roomies im Raum, die nicht direkt vor einem Rechner sitzen und das jetzt vielleicht mit einem Handy scannen. Switche ich gleich mal auf die Umfrage rüber im Browser. Ich habe da in der Umfrage leider keine Möglichkeit eingebaut, die heißt keine. Also wenn Sie sich nichts angeschaut haben, dann klicken Sie einfach gar nichts an in der Umfrage und klicken irgendwie trotzdem auf Absehen. Ich weiß nicht, ob man da noch Absehen klicken kann. Aber das haben wir jetzt nicht mehr so schnell spontan hinbekommen. So, und ich werde jetzt auch nichts anklicken und klicke jetzt mal auf Ergebnisse ansehen. Und oh, da sind also zumindest ein paar Leute, die sich Sachen vorher, also eine Person, die ist im Blogartikel, ich kann auch mal auf Aktualisierung klicken, aber da wird nicht mehr viel passieren, nehme ich an. Blogartikel angelesen haben, diesen Lightning-Talk, das sind wirklich noch fünf Minuten und hier gibt es einen längeren Vortrag, den ich mal letztes Jahr auf einer englischen Konferenz gehalten habe. Und ja, also genau heute möchte ich dann nochmal über aktualisiert so ähnliche Ergebnisse berichten. Ich hatte das befürchtet, dass sich nicht allzu viele Leute das vorher anschauen, deswegen würde ich eben klassisch ein bisschen was zu dem Thema erzählen. So, und ich fange mal wie so üblich an mit einer gewissen Motivation, also warum wir das Ganze machen, warum ich mir dieses Verfahren ausgedacht habe. Dann würde ich mal so ganz gern ein paar typische Aufgaben zeigen. Das sind jetzt Beispiele natürlich aus der Elektrotechnik, eine Aufgabe, wo es darum geht, Mittelwert und Effektivwert zu berechnen. Eine Aufgabe, wo es darum geht, ein Zeigerbild zu zeichnen, muss man jetzt nicht so richtig fachlich natürlich verstehen. Aber um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Aufgaben aussehen und was daran jetzt eben personalisiert oder individualisiert ist oder algorithmiert oder randomisiert, wie auch immer man das nennen möchte. Dann würde ich kurz versuchen zu erklären, wie das technisch funktioniert. Und am Ende so eine kleine Bilanz ziehen, ein paar Ergebnisse zeigen, wie das so läuft, was da so bei rauskommt, wie die Studierenden das annehmen. Und ja, weiß nicht, vielleicht haben Sie auch noch Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Ich bin da immer sehr offen und sehr interessiert. So, also fangen wir mal mit so einer kleinen Motivation an, warum das Ganze. Und dafür würde ich jetzt nochmal, damit ich mir die ganzen Nachrichten im Chat, also ich habe mir die jetzt schon zum Teil angeschaut natürlich. Ich würde das jetzt trotzdem nochmal mit dieser Umfrage machen, weil genau dieses, aus welchem Fachbereich man kommt, das interessiert mich natürlich auch immer. Deswegen packe ich mal den Link für die zweite Umfrage in den Chat, zeige mal noch ein bisschen diesen QR-Code. Und ich habe jetzt, tja, also wenn man jetzt aus dem Bereich der Hochschuldidaktik kommt, würde ich sagen, würde ich mich vermutlich in den Sozialwissenschaften einsortieren. Ansonsten, was lese ich noch im Chat? Bio-Mechatronik ist natürlich eigentlich Technik. Lehrenbildung ist, würde ich sagen, auch Sozialwissenschaften. Also ja, gern das nochmal ein bisschen so in meine Klasterung. Und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand anders anklickt, dass er oder sie auch aus der Elektrotechnik kommt. Bis jetzt habe ich das, glaube ich, noch nicht im Chat gelesen oder vorhin gehört in der mündlichen Vorstellung. So, und ich wechsle mal rüber auf die zweite Umfrage und klicke natürlich für mich jetzt mal an, dass ich aus der Elektrotechnik komme. Okay, und da haben wir doch relativ viele aus Naturwissenschaft und Technik dabei und ja, dann wahrscheinlich in den Sozialwissenschaften halt die Lehrerinbildung drin, die Hochschuldidaktik. Nur ich alleine aus der Elektrotechnik, was aber auch total okay ist und dann eben eine Person aus den Life Sciences oder der Medizin. Okay, super, vielen Dank. So, dann als Motivation. Also klassische Prüfungsformate bei uns in der Elektrotechnik und wahrscheinlich eben auch in vielen anderen MINT-Fächern sehen so aus, dass ein Prüfling nur mit Zettel und Stift bewaffnet, abgeschottet von der Außenwelt und vom Internet und von Aufzeichnungen, Büchern für eine gewisse Zeit in einen Raum gesperrt wird mit anderen Leuten, sich aber nicht mit diesen Personen austauschen darf und dann irgendwie mehr oder weniger komplizierte ingenieurwissenschaftliche Probleme lösen muss. Und klar kann man damit eine individuelle Leistung einer Person bewerten, aber das, was im normalen Arbeitsleben passiert, ist eigentlich eher sowas hier. Also man arbeitet mit vielen Leuten in einem Team, man muss sich mit den Leuten austauschen, muss mit denen Probleme diskutieren, muss auf den Ergebnissen von anderen Personen aufbauen und damit weitermachen und kann auch Software-Tools benutzen, kann im Internet recherchieren, kann mit dem Computer was simulieren und das sind alles total wichtige, lebenswichtige für Ingenieurinnen und Kompetenzen, die wir aber in Prüfungen komplett ausblenden. Und das würde ich zumindest so in die Prüfungsvorbereitung, also diese personalisierten Aufgaben sind bei uns zur Prüfungszulassung, das würde ich gern schon mal in Studierenden so ein bisschen wecken, das zu machen. Und das ist schon mal so die erste Idee, wir brauchen, also damit Studierende sich gegenseitig bei der Lösung der Aufgaben beraten und unterstützen können, aber trotzdem nicht einfach blind und naiv voneinander plagiieren, brauchen wir irgendwie Aufgaben, die schon ähnlich sind, aber trotzdem dann für jeden so ein bisschen unterschiedlich oder so, dass jeder und jede nochmal ein bisschen individuell über die eigene Lösung nachdenken muss. Das ist so die Idee. So, und dann kann man das noch so ein bisschen abgrenzen zu so klassischen E-Learning-Aufgaben. Ich habe hier mal so ein Beispiel auch aus unserem Moodle-Kurs, eine Schaltung, da soll irgendwas berechnet werden und dann muss man am Ende, also man rechnet irgendwas als Student, als Studentin tippt am Ende nur einen Zahlenwert mit irgendeiner Einheit in ein Zahlenfeld und dann steht da hinterher, ist richtig oder falsch. Das ist total gut und nett, weil man solche Aufgaben in großer Zahl generieren kann und natürlich auch über die Eingabewerte sehr einfach randomisieren kann. Das Problem dabei ist, dass der eigentlich für uns total wichtige Rechenweg, es kommt ja nicht notwendigerweise nur auf das Ergebnis an, ob das richtig oder falsch ist, sondern auf den Prozess der Lösung und der bleibt hier bei solchen Aufgaben total verborgen. Man kann den Studierenden nachträglich nicht auf ihren Zettel schauen, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind. Das wird nicht transparent gemacht bei solchen Aufgaben. Also es liegt eben sehr viel Wert da drin, solche freie handschriftliche Lösungen zu erzeugen. Klar kann man sowas auch mit irgendwie Formeleditoren und Computer-Eigebransystemen am Computer direkt digital machen, aber da muss man Studierende sehr intensiv schulen, wie tippt man überhaupt Formeln ein, wie werden da gewisse mathematische Ausdrücke dargestellt und eben einfach mal eine Formel direkt auf einen Zettel zu schreiben, handschriftlich oder mit digitaler Tinte auf ein Tablet, das ist doch sehr einfach. Ich habe jetzt hier bei mir, so sieht irgendwie so eine typische Lösung aus, man legt irgendeinen Zeitraum fest, stellt eine Funktion für den Strom auf und rechnet dann zum Beispiel eine Ladung aus über ein Integral und setzt da was ein und am Ende kommt irgendwie ein Zahlenwert mit einer Einheit raus. Und man kann handschriftlich eben natürlich auch sehr einfach Diagramme zeichnen, Schaltbilder zeichnen, Sachen in Diagrammen und Schaltbilder markieren. Das sind alles Sachen, die für die Ingenieurwissenschaften super wichtig sind und vermutlich eben auch für die Mathematik allgemein so für den MINT-Bereich. Also handschriftliche Lösungen brauchen wir. Und was man mit handschriftlichen Lösungen super gut aufdecken kann, sind studentische Fähkonzepte. Also ich habe hier mal so ein paar Beispiele, ich will da gar nicht drauf eingehen, weil das jetzt so Hardcore-Ingenieurwissen-Stuff ist. Aber das sind, also hier haben in diesen Beispielen, also hier wurden zum Beispiel irgendwie Volt in Voltgrad umgerechnet. Das ist relativ absurd und solche studentischen Fehlannahmen, die kann man eben nur aufdecken, wenn man die Studierenden sowas frei aufschreiben lässt, wenn es so E-Learning-Aufgaben gibt wie hier und da steht schon meinetwegen ein Integral da und dann muss ich da irgendwas an das Integral reinschreiben, dann ist es ja schon klar, dass es ein Integral ist. Und dann kann man so ganz komische Fehler, die werden die Studierenden ja nie machen, weil sie schon in ihrem Lösungsraum sehr eingeschränkt sind. Hier ist halt auch noch was, wo die Zeitfunktion direkt mit dem Integral aufgeschrieben wurde. Also das würde man auch so in keinem Buch und keinem Skript finden, ist auch eigentlich ziemlich sinnlos, das so zu machen. Aber als Student, als Studente, wenn man jetzt so noch relativ wenig verstanden hat, was diese ganzen mathematischen Symbole da überhaupt meinen und bedeuten, dann passieren eben solche Fehler vielleicht mal. Und die würden sonst eben unsichtbar bleiben bei E-Learning-Aufgaben, die kann man mit so handschriftlichen Lösungen super gut aufdecken. Das ist so ein bisschen die Idee. Und hier habe ich mal noch ein Beispiel. Da steht in der Aufgabenstellung schon direkt drin, es gibt vier Zeitabschnitte und dann hat die Person hier trotzdem fünf Zeitabschnitte aufgestellt oder Zeitfunktionen für fünf Zeitabschnitte aufgestellt. Ja, also das sind so Fehler, wenn ich mir vorher als Lehrperson überlege, was könnten so typische Fehler sein, die meine Studierenden bei dieser und jener Aufgabe machen. Also auf die Fehler, die ich jetzt hier gezeigt habe, wäre ich im Leben nicht gekommen. Und das finde ich halt spannend, Fehler, Misskonzepte aufzudecken. Kann man mit so handschriftlichen Aufgaben super gut machen. Hier ist so ein letztes Beispiel, eine Umrechnung, eine mathematische, die auch nicht sehr sinnvoll und nicht sehr zielführend ist. So, okay, genug des Student-Shaming, wenn man das an der Stelle so nimmt. Es geht ja darum, Fehler, typische Fehler, Misskonzepte auch, wo vielleicht wir als Lehrpersonen was falsch, missverständlich, zweideutig erklärt haben, aufzudecken, um daraus zu lernen, um das besser zu machen. So, also ist die Idee dieser personalisierten Aufgaben, handschriftliche Lösungen zu haben, weil das ist prüfungsnah und da kann man eben gut solche Fehlkonzepte mit aufdecken. Dann die zu personalisieren, sodass Studierende sich gegenseitig bei der Lösung helfen können und auch sollen und sich beraten können in ihrer Lerngruppe, aber eben nicht einfach naiv voneinander plagiieren können. Dann möchte ich mir als Lehrperson natürlich nicht am Ende eines solchen Durchlaufs zig oder hundert studentische Lösungen anschauen müssen. Also sollen sich die Studierenden gegenseitig korrigieren. Deswegen schaue mir in die Lösung Kleines. Und dafür braucht es natürlich gute personalisierte, ebenso personalisierte Musterlösungen, sodass auch wenn jemand fachlich nicht in der Lage war, die eigene Aufgabe korrekt zu lösen, trotzdem das fachlich korrekt korrigieren kann. Und damit das nicht in einen Papierkrieg ausartet, das hatten wir früher mal, so ein Konzept mit Einreichung in Papierform und dann wurde das korrigiert und wieder ausgeteilt, soll das alles digital stattfinden, per E-Mail zum Beispiel und über ein Done-Management-System, wie das bei uns Moodle der Fall ist. Das ist die Idee. Und dann benutze ich in Moodle seit einiger Zeit noch ein Plugin. Da kann ich nachher gleich noch was zu sagen. Okay, das ist erstmal so die grobe Idee und Motivation. Jetzt würde ich zwei typische Aufgaben zeigen. Und eine Aufgabe, die habe ich gerade vor zwei Wochen den Studierenden geschickt. Der Durchlauf ist jetzt praktisch fertig. Sieht so aus, so ein bisschen wie das, was wir eben schon gesehen haben. Also da ist ein Strom gegeben in Abhängigkeit von der Zeit und für diese periodische Zeitfunktion soll man sowas ausrechnen, wie den arithmetischen Mittelwert und den Effektivwertgrößen, die man auch messen könnte. Die kommen praktisch aus der Messtechnik und dann steht da noch so ein bisschen da. Die Periodendauer beträgt so und so. Und das Ergebnis soll man, damit das gut vergleichbar ist, als einen Dezimalbruch angeben. Und diese Aufgabenstellung, die ist für jeden und jede, für alle Studierenden gleich. Und jeder Student, jede Studentin bekommt dann ein anderes Diagramm. Und diese Diagramme erstelle ich randomisiert anhand der Matrikelnummer. Also ich starte mit der Matrikelnummer einen Zufallszahlengenerator, sodass, wenn irgendwas bei der Generierung schiefläuft, ich mit der gleichen Matrikelnummer auch wieder die gleiche Aufgabe erzeugen kann. Aber eine andere Matrikelnummer erzeugt eben eine andere Aufgabe oder in dem Fall ein anderes Diagramm. Und diese Diagramme sehen jetzt in dem Fall so aus. Hier vorne gibt es immer so einen linearen Anstieg und dann gibt es drei Zeitbereiche, in denen das konstant bleibt. Und dann wiederholt sich dieser Verlauf periodisch. Und ich habe jetzt mal vier verschiedene Varianten hier gezeigt. Eine Variante könnte so aussehen und die nächste Variante so und die nächste Variante so. Und bei allen diesen Varianten muss man so eine ähnliche Rechnung machen, aber letztendlich mit anderen Zahlenwerten, die dann in dieser Rechnung drinstehen. Und dann, habe ich ja schon gesagt, brauche ich dafür auch die passenden Musterlösungen nachträglich für die gegenseitige Korrektur. Und die sehen jetzt so aus, da findet man schon letztendlich überall die gleichen Rechenschritte. Natürlich. Und wer jetzt ein bisschen in den Ingenieurwissenschaften zu Hause ist, würde sagen, ja gut, das sind eben so Kochrezeptaufgaben, wenn man ehrlich ist. Weil mein Computeralgorithmus, den ich mir dahinter geschrieben habe, der muss ja auch in der Lage sein, die Aufgaben und auch direkt die passenden Lösungen dazu zu generieren. Dann sind das meistens Aufgaben, die so nach einem gewissen rezeptartigen Vorgehen zu lösen sind. Aber das ist für den Einstieg, ich spreche hier von Studierenden im ersten, zweiten Semester, Herausforderung genug, will ich mal so sagen. So, also das wäre so eine klassische Musterlösung. Und ich zeige jetzt mal noch ein paar andere. Und dann sieht man, dass da letztendlich immer wieder die gleiche Rechnung drin auftaucht, bloß dass da ein bisschen andere Zahlenwerte zum Beispiel in diesem Integral drinstehen und sich natürlich das Endergebnis ändert. Und dann weise ich in der Musterlösung auch noch auf typische Fehler hin, zum Beispiel, dass die Einheiten fehlen und wie viele Punkte man dann abziehen soll oder wenn irgendwas nicht richtig angegeben ist und so weiter und so fort. Und diese typischen Fehler, die habe ich meistens aus meiner eigenen Erfahrung heraus generiert. So, und jetzt kommen wir gleich mal zur dritten Umfrage. Ich packe auch dazu den Link einmal kurz in den Chat und würde einmal gern wissen, fallen Ihnen für Ihren Fachbereich ebenfalls solche ähnlichen personalisierbaren, algorithmierbaren Aufgaben ein? Also ich habe schon Sachen gesehen, zum Beispiel aus der Biologie, aus der Genetik, wo es darum ging, Stammbäume zu analysieren, sowas in der Art und Weise. Und dann, ja, konnte man diese Vererbungsgeschichten, die konnte man genauso gut statistisch auswürfeln und sich da viele verschiedene Aufgaben, Varianten ausdenken und überlegen, an denen dann Studierende sowas analysiert haben. Ich habe auch schon Beispiele, natürlich super viele Beispiele aus der Mathematik gesehen, aus anderen Ingenieurwissenschaften. Ein Kollege in Magdeburg hat das mal mit Aufgaben in der Verfahrenstechnik gemacht, in der Physik. Ich habe Beispiele schon aus der Geografie gesehen, wo automatisiert mithilfe von Open Data und Wiki, Data und Wikimaps Studierende Karten analysieren mussten, die dann aus so offenen Datensätzen gerinnert wurden. Okay, ich gucke mal auf das Ergebnis dieser Umfrage. Und also mir würden da viele Ergebnisse, viele Möglichkeiten einfallen. Oh, ach so, doch, jetzt kommt das. Ja, aber erst nach einigem Nachdenken. Okay, und klar, manchmal muss man, also ich habe am Anfang mich auch schwer getan, muss ich sagen, aber mir sind dann so über die Zeit immer mehr Möglichkeiten im eigenen Fachbereich eingefallen. Man lernt tatsächlich auch noch sehr viel über den eigenen Fachbereich, wenn man sich solche Aufgaben ausdenkt. Okay, vielen Dank. Dann würde ich noch eine zweite Aufgabe zeigen oder einen zweiten Aufgabentyp. Das ist hier in dem Fall habe ich die, in meinem kompletten Durchlauf ist das die siebte Aufgabe. Und da geht es darum, so wie das hier in diesem Satz schön steht, also die Studierenden sollen ein solches Zeigerbild zeichnen, was das ist, sehen wir gleich. Und weil es da nicht nur auf das Ergebnis ankommt oder man an dem Ergebnis ziemlich schwer erkennen kann, ist es richtig oder ist es falsch oder bis wohin ist es denn noch richtig und ab wann wird es dann falsch, sollen die Studierenden in dem Fall nicht nur das Ergebnis dokumentieren, sondern den Prozess, wie sie da hingekommen sind, also den Prozess des Zeichnens dieses Zeigerbildes. Und dafür sollen sie halt ein Video davon machen, wie sie dieses Zeigerbild zeichnen. Und das kann man, wenn man einen Laptop hat oder ein Tablet mit so beschreibbarem Display oder so wie ich hier so ein Vakuum-Zeichentablet, dann kann man das natürlich direkt als Screencast machen und ansonsten kann man mit einem Smartphone und einem kleinen Stativ selbstgebauten, was ich gleich zeige, auch die eigene Hand einfach abfilmen. Und da habe ich noch so ein paar Hinweise gegeben, für die gegenseitig anonyme Begutachtung sollte eben kein Ton zu hören sein. SD-Qualität genügt, das muss kein Full-HD und kein 4K-Video sein, weil sonst brennt bei allen die Leitung beim Hoch- und Runterladen. Und man soll ruhig verschiedene Farben benutzen und ein Geodreieck, um gerade Linien zu zeichnen und vielleicht Millimeterpapier und dass es eben nachvollziehbar ist, diese Lösung. Dann habe ich so eine kleine Selbstbauanleitung gegeben, wie man sich aus einer Kiste, einem Pfannenwender, einem Schnipsgummi, seinem Handy und einem schweren Buch, natürlich hier Stilecht Physik für Ingenieure, wobei ich nachgeschaut habe, es gibt in diesem Physikbuch leider kein Kapitel über Statik, sich so ein Stativ baut und dann kann man damit wunderbar eben die eigene Hand abfilmen beim Zeichnen. Und ich habe dann für die Studierenden auch ein Beispielvideo erstellt, was ich hier mal verlinkt habe, wo ich das selber zeichne, auch mit der Schaltung und mit so verschiedenen Farben, um so ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie man das machen kann. Und hier sind jetzt so verschiedene Aufgabenvarianten wieder gezeigt. Also hier generiere ich verschiedene Schaltbilder und da gibt es immer Elemente, die in Reihe geschaltet sind und Elemente, die dann parallel geschaltet sind und zum Beispiel wieder in Reihe geschaltet sind und man würde sich jetzt so von innen nach außen dieser Schaltung vorarbeiten. Und verschiedene Matrikelnummern generieren wieder verschiedene Schaltungen. Da sind immer insgesamt fünf Bauelemente drin und hier wäre noch eine Variante und hier wäre noch eine Variante und dann sieht man, dass es da eben so verschiedene Varianten mit verschiedenen Widerständen Kapazitäten und Induktivitäten gibt. Und die zugehörigen Musterlösungen oder die Ergebnisse, die sehen auch ganz unterschiedlich aus. Also hier liegen viele von diesen Zeigern und das sind diese Dinger mit den Spitzen dran, eigentlich im Prinzip so Pfeile in der gaussischen komplexen Zahlenebene. Also hier liegen die zufälligerweise ziemlich viel übereinander und ansonsten kommen da so Gebilde raus, aus denen man jetzt letztendlich sowas ablesen kann, wie groß und welche Amplitude und welchen Phasenwinkel haben hier gewisse Ströme und Spannungen in dieser Schaltung. Ist so ein klassisches grafisches Lösungsverfahren, die man früher sehr gern angewendet hat, wenn man keinen Taschenrechner und keinen Rechner überhaupt zur Verfügung hatte. Aus dem man aber viel lernen kann über diesen Prozess und was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesen ganzen komplexen Zahlen. Und da sind total tolle studentische Videos dann auch bei entstanden. Also bei meinem Video zum Beispiel hatte ich auch das Problem, dass die Kamera von dem Handy so ein bisschen zum Fokuspumpen neigte und immer mal, wenn man die Hand bewegt hat, wurde das eigentliche Blatt und Bild unscharf. Und ein Student hatte das Gleiche, stand vor der gleichen Herausforderung und hat dann so einen Stop-Motion-Film aufgenommen, den ich total, also dann das Lineal wackelte so langsam ins Bild und dann hat man so, also da sind sehr, sehr, sehr gute Videos daraus entstanden und pro Durchlauf kann ich immer so zwei, drei von den Videos dann auch nehmen, frage ich die Studierenden, darf ich das Video auch bei uns mit auf der Lernplattform veröffentlichen und das ist auch eine super Gelegenheit, um Studierende so ein bisschen damit einzubinden, super gute Erklärvideos für genau solche Aufgaben oder Lösungen solcher Aufgaben zu erstellen. Okay, so, dann stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich technisch? Und ich hatte früher immer in meinen Vorträgen ein so ein großes Block-Prozess-Schaltbild, ich habe das dann mal, weil es zu kompliziert wurde, in drei Stück aufgebrochen. Also hier sind jetzt so drei Bilder und hier oben sind immer die Studierenden und die registrieren sich erstmal bei uns im Moodle-Kurs und sagen hier, ich möchte solche Aufgaben bekommen und dann lade ich mir eine Liste der Studierenden runter und weil ich Ingenieur bin, kann ich im MATLAB programmieren, man könnte das in jeder anderen Programmiersprache der Welt sicherlich auch machen, ich habe das im MATLAB gemacht und im MATLAB nehme ich die Liste der Studierenden, lasse eine Schleife drüber laufen und generiere eben entsprechend anhand der Matrikelnummer, Latte ich Quelltexte, wo meine Aufgaben drinstehen und erzeuge daraus PDF-Dateien. Und dann gibt es immer für jeden Studenten, für jede Studentin eine PDF-Datei mit der Aufgabe, die geht per E-Mail an den Studenten oder die Studentin und die haben dann jeweils eine Woche Zeit, darüber nachzudenken und die Musterlösung, die speichere ich natürlich erstmal ab in einem Ordner. So, und dann nach der Woche oder im Verlauf der Woche, meistens erst am Ende der Woche, wie wir gleich sehen werden, haben die Studierenden eine Idee oder auch nicht und erzeugen ihre eigene Lösung, laden die hoch bei uns im Moodle und bekommen dann über ein Plug-in, was ich im Moodle eingebunden habe, das ist von einem niederländischen Ad-Tech-Unternehmen Feedbackfruits, da bekommen sie die fremden Lösungen angezeigt und können die fremden Lösungen bewerten. Genau wie das Workshop und gegenseitige Beurteilungstool im Moodle, was es da eigentlich schon gibt, kann auch dieses Tool aber nicht mit diesen personalisierten Musterlösungen umgehen. Und da habe ich mir jetzt so ein Workaround ausgedacht, also ich lade diese personalisierten Musterlösungen auf einen Web-Server bei uns auf der Uni und auf dem Aufgabenblatt der Studierenden ist so ein QR-Code drauf, den QR-Code müssen sie mit einreichen und über diesen QR-Code können sich dann die anderen Studierenden nach Ablauf der Einreichungsfrist die anderen Musterlösungen runterladen und die Studierenden können sich dann eben auch ihre eigene Musterlösung runterladen. Ja, und dann können die Studierenden die fremden Aufgaben bewerten und korrigieren und Häkchen dran machen und wenn was falsch ist, sind sie aufgefordert, dran zu schreiben, warum sie denken, dass das falsch ist und wie das besser sein müsste, sodass das auch konstruktive Kritik ist und konstruktives Feedback dann an der Stelle und laden dann ihr gegebenes Feedback wieder hoch oder machen das bei diesem Feedback-Fruits eben direkt in dieser Web-Oberfläche, vergeben auch Punkte und die Punkte lade ich mir dann irgendwann runter, trage die in eine Punkteliste ein. Diese Punkte sind offensichtlich als Motivationsfaktor für die Studierenden auch super wichtig. Also es wird um Punkte gefeilscht und gekämpft am Ende, obwohl ich immer sage, es kommt eigentlich nicht so auf die Punkte an, ihr braucht eine überschaubare Anzahl von Punkten, um die Prüfungsbelastung zu haben. Es geht ja darum, dass ihr diese Aufgaben bearbeitet und versteht, was ihr da macht und eben auch mal in die Lösungen der anderen Studierenden und so reinguckt und dann sehen die Studierenden eben ihr Feedback, was sie bekommen haben und können auch nochmal eine kleine Reflexion dazu schreiben, was sie vielleicht an dieser Aufgabe gelernt haben, was ihnen schwer gefallen ist, was ihnen leicht gefallen ist und so weiter und können auch selbst über den QR-Code auf ihre eigene Musterlösung zugreifen und das nochmal vergleichen. Hat das denn, haben das die anderen Personen richtig korrigiert oder gibt es da vielleicht nochmal einen Korrekturbedarf an der Korrektur? Okay, so, das ist so der, der technische Ablauf und dann würde ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie das so läuft und eine kleine, paar kleine Ergebnisse zeigen, eine kleine Bilanz ziehen. also, wenn man so auf die nackten Zahlen schaut, an einem so einem Durchlauf oder in so einem typischen Durchlauf verschicke ich die Aufgabe so im Normalfall an ungefähr 200 Studierende, das sind Studierende, die aktuell in der Lehrveranstaltung eingeschrieben sind und oder welche, die noch nicht erfolgreich die Prüfung abgeschlossen haben und sich vielleicht noch auf die Prüfung gern vorbereiten. Und dann, ja, so je nach Semester, Zeitraum, das wird natürlich im Verlauf des Semesters sinkt das so ein bisschen, auch wenn Studierende genügend Punkte für die Prüfungszulassung zusammen haben, dann sinkt oft auch die Motivation an diesen Aufgaben teilzunehmen so ein bisschen. Aber so roundabout, 100, 150 Leute reichen was ein und ein paar Leute verliert man immer in der Korrektur. Aber so grob und ganz kann man sagen, dass das schon eine sehr gute Aktivierung der Studierenden ist und eine sehr gute Prüfungsvorbereitung ohne so ein Teaching to the Test zu machen, sondern also in der Prüfung gibt es dann ähnliche Aufgaben, aber natürlich nicht genau die gleichen, sondern eben nur so vom Prinzip her ähnliche. So als Punktzahl ist es schon, also es gibt immer auf jede dieser Aufgaben 16 Punkte und im Normalfall ist das schon so, dass die meisten Studierenden mit nahezu voller Punktzahl rausgehen, auch weil sie ja eine Woche Zeit haben, das zu lösen, alle Möglichkeiten der Welt haben, das zu korrigieren, irgendwie da nochmal eine Probe zu machen, das nachzusimulieren und ja, dann in so Abstufungen sind das halt dann auch mal weniger Punkte. Aber wenn, wenn viele das hauptsächlich richtig haben, dann ist die Korrektur natürlich auch relativ einfach und einfacher, als wenn man so Fälle hat, wie, ja, das ist schon so richtig gedacht, macht aber doch falsch gemacht und zählt man jetzt eher Punkte oder zählt man jetzt eher Fehler und also was ich dann mal mir auch immer ganz gern ausgewertet habe, ist, wie ist denn die absolute Abweichung der Punktzahl zwischen den beiden Gutachterinnen und meistens ist die eben sehr gering und manchmal ist die auch sehr groß und diese Fälle habe ich mir dann oft nochmal angeschaut oder mein Tool bei der Auswertung hat mir dann so eine Fehlermeldung oder so eine Warnung rausgeworfen, hier Matthias, guck mal hin, da ist irgendwie, der eine hat ganz wenig und die andere hat ganz viele Punkte gegeben und meistens sind das dann so Fälle, wo man sich wirklich sehr selber schwer tun würde, wie man das jetzt bewertet und meistens passt dann dieser Mittelwert ganz gut und so vielleicht eine zentrale Erkenntnis, die ich auch schon bei anderen studentischen Peer Review Aktivitäten gewonnen habe, ist, die Studierenden bewerten sich im Normalfall sehr, sehr, sehr fair, also sie bewerten genau so, wie sie auch selbst bewertet werden wollen und weder loben sie sich alle gegenseitig über den grünen Klee noch picken sie sich gegenseitig die Augen aus, sondern also Studierende haben schon ein sehr gutes Gespür dafür auch, ob jemand anders sich offensichtlich Mühe gegeben hat bei der eigenen Lösung oder ob man die mal so ganz schnell zwischen Tür und Angel dahin geschludert hat. Das finde ich doch immer wieder erstaunlich. So, was man natürlich bei so Online-Anreichungen auch sehr interessant auswerten kann, ist mal der Zeitpunkt der Einreichung über der Woche, also hier unten sind die Tage vor der Einreichungsfrist und dann sieht man eben sehr schön die Ruhephasen der Studierenden und wie diese Kurve nach dem Motto The Deadline ist die Ultimate Inspiration ganz kurz vorher beliebig steil ansteigt, ja hier jetzt mal eben auf sowas wie knapp über 100 Einreichungen und so ein bisschen die Erfahrung und Erkenntnis ist, je schwieriger die Aufgabe oder je schwieriger die Studierenden die Aufgabe einschätzen, umso steiler geht die Kurve dann vorher hoch und was spannend ist, ist bei der Auswertung des Zeitpunkts der Einreichung der gegenseitigen Korrekturen ist es viel linearer über die Woche, also offensichtlich sobald die Studierenden diese E-Mail bekommen, hier du kannst jetzt die Lösungen der anderen Studierenden korrigieren, machen die das meistens relativ schnell und dann habe ich Studierenden mal gefragt, warum ist das so und dann sagten die, naja wenn man sich die fremden Lösungen anschaut, also dann weiß man ja auch selber, kriegt man selber so ein Gefühl dafür, ob die eigene Lösung richtig war oder falsch und das ist eine Erkenntnis die Studierenden glaube ich, also wo sie sehr interessiert dran sind, habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich da falsch gelegen und deswegen ist scheinbar die Motivation diese Korrektur relativ bald zu machen nachdem man sie bekommen hat sehr hoch und das ist glaube ich noch eine Auswertung die ich mal vor der Pandemie gemacht habe, so lange mache ich das nämlich schon und während der Pandemie habe ich jetzt leider kein Diagramm hier vorbereitet, also sah diese Kurve so ein bisschen anders aus, da ging die hier am Anfang, also als alle im Lockdown im Homeoffice von zu Hause aus stötigt haben, da ging diese Kurve am Anfang sehr schnell hoch, da gab es praktisch die Sofort-Erlediger, dann passierte fast die ganze Woche gar nichts und dann gab es die Aufschieber, die das eben kurz vor kurz vor Abgabefrist gemacht haben, da hatte die Kurve in der Mitte so ein längliches Plateau, auch ganz spannende Sache, kann man natürlich noch auswerten daraus, zu welchen Tageszeiten sind denn die Studierenden so aktiv, um 22 Uhr ist immer die Deadline, da ist natürlich vor der Deadline viel los, ansonsten in den Tagen davor auch mal bis spät Abend und in die Nacht und wenn man jetzt Leute im Rechenzentrum sagen müsste, wann könnt ihr problemlos mal so einen Lernmanagement-Server abschalten, weil da eh niemand aktiv ist, ja so zwischen 5 und 6 Uhr, also da sind die Studierenden nicht so aktiv, da fällt es nicht auf, wenn man mal einen Server neu startet oder ein Update installiert oder irgendwie sowas macht. Ja, dann, um auch mal kurz Luft zu holen, würde ich an der Stelle mal fragen, welche Fragestellungen oder welche interessanten Aspekte der Auswertung würden euch und ihnen denn noch einfallen und ich habe jetzt hier keinen Link vorbereitet, weil das eine Freitextfrage sein soll, also schreiben Sie, schreibt gern etwas in den Chat, ich trinke mal kurz von meinem koffeinhaltigen Brausegetränk und da tippen zumindest eine Person und ich sehe mehrere Personen tippen, also tippt mal ruhig in Ruhe, ich mache mal kurz weiter, ich komme dann gleich darauf zurück, also welche Fragestellungen bezüglich der Auswertung oder was würde euch noch so dazu einfallen und ihnen. So, ich zeige mal so ein paar Fun Facts, also in der ursprünglichen Variante haben die Studien direkt im Moodle eingereicht und dann hat man auch die Dateinamen gesehen und da gab es zum Beispiel mal einen Studenten, der hat seine Einreichung volle Punktzahl genannt, das fand ich sehr süß, weil da muss man natürlich schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein an die Sache rein, in seine eigene Einreichung volle Punktzahl zu nennen. Es gab auch mal jemanden, der hat seine Lösung eigene Lösung genannt, wo ich mir gedacht habe, im Moment gab es dann auch eine fremde Lösung, das ist ja so ein bisschen komisch, oder den Dateinamen reich mich ein.pdf hat auch bei mir ein gewisses Schmunzeln hervorgerufen. Da sieht man das so lange, wie ich das schon mache, 2017 ist schon eine Weile. Dann sieht man natürlich auch so, dass die Digital Natives, von denen man ja so landläufig spricht, dass das eher Digital Naiv sind, es kommt immer mal vor, dass die Studien seltsame Dateiformate hochladen, dass sie zum Beispiel eben nur eine Verknüpfung auf die Datei und nicht die eigene Datei hochladen. Und dann kann man natürlich mit dieser Verknüpfung nicht so wahnsinnig viel anfangen. So, und jetzt gibt es eine erste Frage. Ich gehe nochmal zurück zu der Fragenfolie. Abgesehen von der Selbsteinschätzung, wie werden die Studien motiviert auswerten? Ja, also eine Motivation für die Auswertung ist, wenn sie nicht an der gegenseitigen Korrektur teilnehmen, bekommen sie auch die eigenen Punkte nicht. Also ich, damit zwinge ich sie letztendlich natürlich an der gegenseitigen Korrektur teilzunehmen. Das sagt natürlich noch nicht wahnsinnig viel über die Qualität der Korrektur aus. Habe ich gleich auch noch irgendwie eine kleine Folie zu. Aber wer nicht an der gegenseitigen Korrektur teilnimmt, bekommt auch nicht seine eigenen Punkte oder bekommt zumindest deutlich weniger Punkte. Und das ist schon ein nicht unerheblicher Motivator für die Studierenden. So, und die Zuordnung von Einreichungen zu Bewertungen oder wer, welcher Student, welche Studentin von wem korrigiert wird und wer wen korrigiert, die ist vollkommen randomisiert und die ist immer so, dass jede Person von zwei anderen Personen bewertet wird. Das macht mittlerweile dieses Feedback-Fruits-Tool. Früher habe ich das einfach so gemacht. Ich habe die Liste aller Einreichungen genommen, habe da ein Random Sort drüber gemacht, habe die also in beliebiger Reihenfolge wieder neu sortiert und dann wurde immer die Person von den zwei nächsten Personen auf der Liste korrigiert. Und damit ist ja klar, dass sich Personen nicht selber korrigieren und dass jeder eben zweimal drankommt und genau von zwei anderen Personen korrigiert wird. Und das ist dann zumindest in jedem Durchlauf komplett neu. Und ja, wie anonym ist das wirklich? Da kann man sich natürlich drüber fragen. Es gibt Studierende, die benutzen sehr charakteristisches Papier, weil da immer irgendwie das Logo irgendeiner bestimmten Firma drauf ist oder man vielleicht bestimmte Stifte benutzt oder bei dieser Videogeschichte, selbst wenn da kein Ton drauf ist, kann man vielleicht an einem Modeaccessoire wie einem Ring oder allein der Hautfarbe der Person oder gewissen lackierten Fingernägeln oder was auch immer erkennen, um welche Person es sich da handelt. ja, aber wenn es genügend Leute sind, also ich würde mal behaupten, wenn man eben so 100 Studierende hat, die da in so einem Durchlauf mitmachen, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es da noch eine zweite Person gibt, vielleicht sogar in einem Elektrotechnik- Studiengang, die dann auch lackierte Fingernägel hat. Also ja, aber das hat man ja bei wissenschaftlichen Konferenzen, in denen man Peer Review macht auch. Also wenn man da in einem gewissen Fachbereich und in einer Fachcommunity unterwegs ist und die spezialisiert genug ist, dann weiß man auch genau, okay, wenn die das Messgerät benutzt haben oder irgendwie die Messumgebung, dann kann das nur diese Forschergruppe da und daher sein. Genau, und das Plugin kann ich, ich wollte das jetzt nicht zu einer Werbeveranstaltung vorkommen lassen, kann ich nachher mal einen Link teilen. Also die Firma nennt sich Feedback Fruits und da gibt es direkt so ein Peer Review Plugin. Kann ich nochmal einen Link teilen, gibt es auch einen Blogartikel drüber. So, und dann gibt es noch einen Kommentar in Bezug auf die Videoproduktion. Ja, genau, also in dieser Videoproduktionsgeschichte stecken natürlich auch so Schlüsselkompetenzen drin, wie mache ich so ein Video. Dadurch, dass da ja jetzt nur das Blatt und die Hand und vielleicht einen Stift zu sehen ist, würde ich sagen, so viel Videoproduktions Future Skills. Also da haben wir andere Module. Wir haben so ein Projektseminar Elektrotechnik Informationstechnik, wo die Studierenden eigentlich programmieren lernen sollen und als Vehikel dafür geben wir einen Kasten Lego. In Gruppen machen sie das und bauen dann tolle Projekte aus so Lego zusammen und da machen sie auch ganz viel Fotos und Videos und Präsentationen dazu. Da haben wir dann sowas drin. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt, ja, also Future Skills ein Riesenpunkt. Ich mache mal kurz weiter, weil das passt da halt ziemlich gut dazu. Also womit ich immer wieder oder womit alle immer wieder so ein bisschen zu kämpfen haben, ist die manchmal nicht so ganz optimale Qualität, Bildqualität der Einreichung. Also eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass Studierende alle so ein super Smartphone haben mit einer ganz fantastischen Kamera drin und dann ist aber das oft nicht so richtig gut ausgeleuchtet oder der Kontrast ist nicht gut, das ist nicht scharf, da sind so wie hier Reflektionen drauf und was früher passiert ist, als wir noch nicht dieses Online-Korrektur-Ding hatten, ist das Studierende, da ging es halt als PDF-Datei hin und her und haben Studierende die PDF-Lösung, die sie bekommen haben zur Korrektur, die eben abfotografiert war, wieder ausgedruckt, haben handschriftlich korrigiert, haben das wieder abfotografiert, um daraus wieder das online einzureichen, da hat man natürlich auch nochmal da einen gewissen Qualitätsverlust, der dann nicht so optimal ist. So, und zur Glaubwürdigkeit der Korrekturen, ja, die Studierenden studieren ja auch in einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang und wollten jetzt nicht alle DeutschlehrerInnen werden, ich kommentiere das jetzt hier nicht weiter, muss man immer mal so ein bisschen gucken, aber das Entscheidende ist ja, dass sie es mathematisch fachlich korrekt machen auf die Rechtschreibung, Orthographie und Grammatik und so, achte ich dann jetzt vielleicht nicht so sehr in den Korrekturhinweisen und die anderen Studierenden vielleicht auch nicht, aber manchmal kann man das kritisch sehen. Was früher passiert ist, bevor ich das mit diesen QR-Codes hatte, ist, dass Studierende sehr interessiert daran waren, zumindest die eigene Musterlösung zu bekommen, also womit ich sie ja eigentlich davon abhalten will, mit diesem Prozess, mit diesem Semester begleiten, ist so ein Bulimie-Lernen, ist so ein Hamster-Lernen. Ja, man saugt das ganze Semester oder zwei Semester über irgendwie so das Wissen in sich auf, speichert das so in seinen Hamsterbacken, um das dann kurz vor der Prüfung nochmal wieder zu keulen und auszugeben und mit diesen Semester begleitenden Aufgaben will man genau sowas unterdrücken und dann ist es oft vorgekommen, insbesondere wenn die Studie schon genügend Punkte zusammen hatten, dass sie eine Lösung eingereicht haben, da stand überhaupt gar nichts drauf, sondern da stand halt, ich möchte nur die eigene Musterlösung bekommen, kannst mir auch gern null Punkte geben. Ja, manchmal haben sie auch draufstehen, hatte keine Zeit, trotzdem 16 Punkte, please, nein, dann gab es trotzdem null Punkte. Okay, und ja, also Selbstkritik passt auch ganz gut, was man auch ganz nett sieht, ist, dass wenn ich diese E-Mails verschicke, dass da gerade am Anfang des Semesters immer mal eine ganze Menge E-Mails zurückbouncen, einfach von Studierenden, deren E-Mail-Adressen es nicht mehr gibt, die wir irgendwie im Prozess des Studiums verloren haben, was sonst so in Lehrveranstaltungen auch nicht so richtig sichtbar wird, man wundert sich, warum sind da auf einmal so wenig Leute, ja, die haben sich irgendwie alle exmatrikuliert oder nicht zurückgemeldet. So, und ansonsten, also ich habe 13 verschiedene Aufgabentypen bisher entwickelt, es gab 56 Durchläufe in 12 Semestern und man sieht, ich habe ziemlich viele von diesen Aufgaben eben automatisiert verschickt und super viele Studierende haben Lösungen eingereicht und es gibt noch ein paar Links, ich twittere darüber, wie schon angekündigt, unter dem Hashtag personalisierte Aufgaben, es gibt einen Artikel in der technischen Komöde mit ein paar mehr technischen Details, wie das da mit diesen Latex-Geschichten im Hintergrund abläuft, es gibt so ein FAQ bei SlideShare und es gibt eben diesen Lightning-Talk. So, und ich weiß nicht, ich glaube, diese Umfrage könnten wir vielleicht mit Blick auf die Zeit auch skippen. Ich habe mal hier noch so ein paar Fragen, die ich in der Diskussionsrunde mit Studierenden mal diskutiert hätte und mal diskutiert habe, also zum Beispiel auch, was die Fairness der gegenseitigen Begutachtung angeht, aber habe ich ja auch schon ein bisschen was zu gesagt und damit würde ich mal zum Ende kommen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich noch sehr gern für Fragen zur Verfügung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.